Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Eisenmolls Produkt der Woche. Mein Name ist Andreas Gare. Diese Woche haben wir was ganz besonderes für euch und zwar ein sehr hochwertiges technisches Putztuch. Ja, was so besonderes an diesem technischen Putztuch? Zu einem ist es, ich halte das erstmal an der Kamera, damit man das mal ein bisschen besser sehen kann. Ja, zu einem ist es wahnsinnig strapazierfähig, das sieht man allein schon, wie schwer das abgeht. Ganz fest. Dann ist es auch sehr saugfähig, ich habe das hier immer so ein bisschen Wasser. Wie man sieht, selbst wenn es nass ist, man zerreißt nicht, also sehr strapazierfähig. Hat natürlich den Vorteil, dass man ja einen sehr geringen Verbrauch hat und entsprechend, ja, wie wir kosten, dadurch vermeint nicht so viel verbraucht. So, des Weiteren ist dieses Reinigungstuch fast puzzelfrei. Das bedeutet, ich muss also noch nicht lästige Nacharbeiten machen. Aber das eigentlich Entscheidende an diesem technischen Tuch ist, dass es silikonfrei ist. Das bedeutet, alle, die mit Lacken und Farben zusammenarbeiten, kennen das ja, sobald es silikon ins Spiel kommt, ist die Arbeit kaputt oder ist das Produkt kaputt. Das kann mit diesem Produkt eben einfach nicht passieren. Ja, da träumt mein Hund im Hintergrund und macht Albträume. Mal auf. Ja, da sind wir wieder. Das war Rolf Wolfe im Hintergrund. Der hat Albträume gehabt. Der ist jetzt aufgewacht. Den haben wir beruhigt. Ich bin Ihnen auch Info schuldig. Diese Rolle hat jeweils dreimal Platz und hat die Abmessung 29 x 37 cm. Wie gesagt, diese Woche in Aktion für 34,95 plus Mehrwertsteuer. Ja, das war's für diese Woche. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wir sehen uns dann nächste Woche hoffentlich wieder. Bis dann. Bleibt dran. Bis dann. Vielen Dank.